Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Der Konkurrenzkampf in unserer Mannschaft ist ja eröffnet. Thomas Reis hat nun eine komplette Vorbereitung Zeit, sich seine beste Elf zusammenzusuchen, um eben die große Mission Klassenerhalt doch noch zu schaffen. Und da könnte es möglicherweise auch eine Änderung im Tor geben. Alexander Schwolo hat ja bislang alle Pflichtspiele bestritten, aber das könnte möglicherweise in der Rückrunde anders sein. Denn Thomas Reis hat ja grundsätzlich auch erstmal eigene Vorstellungen, wie ein Torwart eben bei ihm funktionieren soll, was eben ihm auch wichtig ist. Und da ist ja immer wieder Thema, das aktive Verteidigen, das Mitspielen, das auch durchaus mal mutige Spiel des Torwarts. Und da könnte eben auch Justin Hegeren eine Rolle spielen. Grundsätzlich hat die Watts ihn erstmal darauf angesprochen, dass er eben beim VfL Bochum mit Manuel Riemann dafür einen perfekten Spieler hatte und ob es so einen auch bei uns gäbe. Manuel ist für mich vom Fußballerischen her einer der Besten in Deutschland. Unsere Torhüter sollen mutiger sein. Büsst du in einer Phase, in der es nicht läuft, schwankt das Selbstvertrauen. Es kann sein, dass man auf einen Rückpass, ein unsauberer Pass folgt. Ich kann es in diesem Fall sogar nachvollziehen, dass man vorsichtiger agiert. Aber es gibt ja eben auch noch einen Mann, der bislang im Profibereich bei uns noch nicht gespielt hat und durch seine starken Leistungen in der zweiten Mannschaft eben nicht verunsichert ist. Und das ist Justin Hegeren. Und er ist ja eben auch ein mitspielender Torwart. Bereits vor einigen Tagen wurde das Thema ins Spiel gebracht. Und nun wurde auch reißend darauf angesprochen, ob er bei den Profis eine Chance bekommen wird. Er kam im Sommer von Rot-Weiß Oberhausen aus der Regionalliga, trainiert seitdem bei den Profis mit. Schon das war ein großer Schritt für ihn. Er sammelt wertvolle Spielpraxis bei der U23. Ich habe einige Spiele dort gesehen. Er ist fußballerisch sehr gut. Ich will ihn in der Vorbereitung auf einem höheren Niveau sehen. Er kann vielleicht mal in große Fußstapfen treten. Ob es im ersten Spiel 2023 gegen Frankfurt ist oder später, werden wir sehen. Und damit unterstreicht Reiß auf jeden Fall eines. Justin Hegeren kann auf jeden Fall unsere Nummer 1 werden. Vielleicht sogar schon in der Rückrunde. Denn er soll eine Chance bekommen. Zumindest eben dann in der Vorbereitung in einem Testspiel gegen einen guten Gegner. Sicherlich mal mindestens eine Halbzeit kriegen, um zu sehen, wie er mit der Mannschaft funktionieren kann. Und wenn er da überzeugt und Reiß eben das Gefühl hat, er ist für die Art und Weise des Fußballspielens besser geeignet, dann ist glaube ich schon vorstellbar, dass er gegen Frankfurt Anfang Januar unseren Kasten hüten wird. Eure Meinung dazu mal gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao! Und Glück auf! Anale Schalker! 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 Untertitelung des ZDF, 2020